Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeldTV. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Johannes Hirsch. Er ist Geschäftsführer im Hause Antea. Guten Tag Herr Hirsch. Guten Tag Frau Hegewald. Herr Hirsch, Multi-Asset ist in aller Munde. Sie setzen das seit sehr vielen Jahren um. Wie sieht es aus in Ihren Augen? Was ist ein wirklich erfolgreiches Multi-Asset-Konzept? Zunächst einmal geht es darum, diesen Namen wirklich wörtlich zu nehmen. Multi heißt viele und das sind mehr als zwei oder drei Anlageklassen. Ich will damit nicht verurteilen, wenn jemand nur zwei oder drei Anlageklassen einsetzt. Aber wir verstehen unter Multi-Asset wirklich deutlich mehr. Das ist ein Punkt. Dann geht es darum, um welche Anlageklassen geht es. Die sollen natürlich langfristig hohe Renditen bringen. Zu den langfristig hohen Renditen, irgendwo bezahlt man die. Und die bezahlt man dadurch, dass eben dort auch Rückschläge auftreten. Von den Aktien kennen wir das, wo regelmäßig eben die Crashs dann eben passieren. Und dann geht es eben darum, dass man für diese Sachen, wenn es eben zu einem Rückschlag kommt, dass dann eben diese Anlageklassen nicht einheitlich Hand in Hand runtergehen, dass diese Sachen, wie man so schön sagt, unkorreliert miteinander laufen. Das heißt, es ist eben nicht Hand in Hand, sondern dass, wenn eine Anlageklasse einen Rückschlag hat, dass dann die anderen Anlageklassen das aufholen können. Herr Hirsch, Sie setzen dieses Konzept bei dem Anthea-Fonds auch um und letztendlich feiern Sie auch dieses Jahr ein zehnjähriges Jubiläum. Wie viele Asset-Klassen haben Sie in dem Fonds? Wir kommen immerhin auf zehn Anlageklassen, sodass ich denke, der Begriff Multi hat hier schon eine gewisse Berechtigung. Damit nähern wir uns sehr stark dem Grundgedanken, den wir im Haus sowieso verfolgen. Das ist das Konzept vom Stiftungsfonds der Yale-Universität, wo eben viele Anlageklassen berücksichtigt werden, die eben möglichst wenig miteinander korrelieren. Das Konzept gibt es jetzt seit über 25 Jahren, seit über einem Vierteljahrhundert. Ein einziges Jahr war dabei, wo die Minus gemacht haben. Und selbst wenn man dieses Minusjahr mit berücksichtigt, kommen wir im Durchschnitt auf eine Rendite, die immerhin zweistellig ist. Ich denke, das ist vorzeigenswert und diesen Ansatz, den versuchen wir so weit wie möglich umzusetzen. Ja, es ist ja auch. Die anderen haben ja nicht so performt in diesem Jahr. Herr Hirsch, können Sie uns noch eins verraten? Welche Besonderheiten hat der Anthea-Fonds noch zusätzlich? Na ja, wenn man zehn Anlageklassen berücksichtigt, dann gehört schon eine ganze Menge Wissen dazu, um diese Sachen tatsächlich auch bearbeiten zu können. Wir nehmen für uns nicht in Anspruch, all dieses Spezialistenwissen für diese Anlageklassen zu haben. Das heißt, wir haben eben nochmal ausgewiesene Spezialisten, die dafür da sind. Und da ist es uns gelungen, in aller Bescheidenheit schon sehr vorzeigenswerte Manager dafür zu gewinnen. Die Häuser sind bekannt. Das ist eben der alphabetischen Reihenfolge nach. Akates, das ist Herr Dr. Leber. Wir haben DJE, Herr Dr. Erhard. F wie Flossbach von Storch mit Herrn Dr. Flossbach. Wir haben Tiberius mit Herrn Eibel. Wir haben Rotschild und wir haben dann eben jetzt auch unser neuster Stolz, ist der Bereich Absolut Return mit First Private. Das sind alles samt Spezialisten, die sehr ausgewiesene Experten sind, die tolle Ergebnisse bekommen haben. Und dass wir die für den Antehervon gewinnen können, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das dürfen Sie auch. Vielen Dank, Herr Hirsch, für das Interview. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020